ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren teil aus meiner videoreihe in der wir uns ja mit der frage beschäftigen was man eigentlich tun kann wenn der kunde nicht rechtzeitig zahlt in den vorherigen beiden video teilen habt ihr ja bereits gesehen wodurch sich dieses problem ergibt nämlich ihr wisst jetzt dass der kunde ein zahlungsziel erhält und im zweiten video teil haben uns mal die bedeutung von mahnung in diesem zusammenhang angeschaut in diesem dritten teil schauen wir uns jetzt mal genauer an welche folgen die nicht rechtzeitige zahlung für unser unternehmen hat werden dem kunden nämlich zahlungsziele gewährt verursacht das bei uns in unserem unternehmen wir sind ja der geldgläubige also der verkäufer ein sogenanntes forderungsmanagement das man auch in kasso nennt in kasso ist hier nur ein anderes wort für forderungseinzug im rahmen dieses forderungsmanagements müssen nämlich die offenen rechnung jetzt zunächst einmal erfasst werden in der praxis bedeutet dass das rechnung zum beispiel in papierform in ordnern abgeheftet werden alternativ dazu können unternehmen natürlich heutzutage digitale lösungen verwenden das heißt also hier werden rechnungen digital gespeichert und zum beispiel nach datum abgelegt da diese rechnung offen also noch nicht bezahlt sind bestehen gegenüber den kunden also forderung und das heißt jetzt dass im nächsten schritt diese forderung natürlich nach zahlungsfristen sortiert werden müssen ihr könnt euch vorstellen wir müssen ja wissen wann rechnen wir mit der zahlung des kunden da wir jetzt davon ausgehen dass die meisten kunden natürlich zahlen müssen im nächsten schritt dann die zahlungseingänge überwacht werden das bedeutet dann in der praxis dass man zum beispiel aufgrund von kontoauszügen überprüfen muss welcher kunde wann gezahlt hat und dann müssen natürlich die offene rechnung in bezahlte rechnung umgewandelt werden und da jetzt die unterschiedlichen kunden natürlich unterschiedliche zahlungsfristen haben müssen wir im nächsten schritt diese zahlungsfristen überwachen und da jetzt einige kunden eben eine schlechte zahlungsmoral haben oder anders ausgedrückt rechnungen eben nicht fristgerecht bezahlen muss bei überschreiten der zahlungsfristen dann ein mahnverfahren von unserem unternehmen eingeleitet werden auch das schauen wir uns natürlich noch genauer an für euch ist jetzt aber erstmal wichtig dass ihr erkennt dass das hier beschriebene forderungsmanagement für unser unternehmen natürlich viele kosten verursacht hier werden mitarbeiter eingestellt material wird verbraucht die software verursacht kosten und so weiter also merkt euch einfach mal dass forderungsmanagement also das inkasso von forderung verursacht bei uns erhebliche kosten und jetzt habt ihr gesehen dass einige kunden nicht rechtzeitig zahlen und deswegen müssen wir jetzt im nächsten schritt zunächst einmal klären warum zahlt der kunde eigentlich nicht ein möglicher grund ist zum beispiel dass der kunde die zahlung schlicht vergessen hat das bedeutet dann in der praxis er hat rechnung zum beispiel falsch abgelegt oder zahlungstermine falsch erfasst und wenn ihm solche fehler unterlaufen sind dann ist natürlich verständlich dass er nicht rechtzeitig zahlt eine weitere möglichkeit ist dass dem kunden bei der zahlung dann ein fehler unterlaufen ist er hat zum beispiel die zahlung auf das falsche bankkonto überwiesen bei der überweisung ist ihm ein zahlendreher unterlaufen zum beispiel beim aufschreiben der i-bahn also der kontonummer ein dritter alternativer grund ist dass der käufer dann nicht in der lage ist die rechnung zu bezahlen anders als bei den beiden vorher genannten gründen zahlt er hier also absichtlich nicht ein möglicher grund könnte dann in der praxis sein dass der kunde selbst in zahlungsschwierigkeiten geraten ist also im moment nicht über die entsprechende liquidität verfügt und ein letzter grund könnte in der praxis sein dass der kunde berechtigt nicht zahlt zum beispiel weil gründe vorliegen die eine nicht zahlung rechtfertigen achtet jetzt mal darauf es könnte nämlich tatsächlich in der praxis so sein dass der verkäufer tatsächlich zu recht nicht fristgerecht zahlt in der praxis könnte es dann zum beispiel sein dass wir dem kunden eine mangelhafte sache verkauft haben er diesen mangel gegen uns gelten gemacht hat und wir der pflicht der nacherfüllung dann nicht nachgekommen sind also seine rechte nicht anerkannt haben und jetzt erkennt ihr dass der kunde hier tatsächlich zu recht nicht fristgerecht zahlt wenn ihr euch nämlich jetzt die vier möglichen gründe einmal anschaut dann erkennt ihr dass bei den ersten beiden fällen eine sogenannte fahrlässigkeit vorliegt denn fahrlässigkeit bedeutet im grunde genommen nichts anderes als dass hier der käufer nicht sorgfältig genug bei der zahlung vorgegangen ist beim dritten grund spricht man dann von vorsatz denn hier zahlt der kunde ja absichtlich nicht und jetzt erkennt er wo der unterschied zwischen fahrlässigkeit und vorsatz ist in beiden fällen zahlt der kunde nicht aber in den ersten beiden fällen handelt er fahrlässig das heißt er möchte zahlen hat es aber irgendwie vergessen war also nicht sorgfältig genug und im dritten fall zahlt er absichtlich nicht diese unterscheidung ist jetzt deswegen wichtig weil beim vierten grund der kunde ja weder fahrlässig noch vorsätzlich handelt sondern tatsächlich rechtlich richtig deswegen solltet ihr auf diese drei unterschiede jetzt mal grundsätzlich achten und im zweiten videoteil habe ich euch ja bereits erklärt was wir als geldgläubige jetzt tun müssen wir müssen nämlich jetzt den kunden mahn wenn er nicht rechtzeitig zahlt ein solches mahnverfahren nennt man dann außergerichtliches mahnverfahren und das liegt daran dass wir hier noch kein gericht mit der durchsetzung unserer forderung beauftragen bei diesem außergerichtlichen mahnverfahren versucht jetzt der geldgläubiger also der verkäufer durch gegebenenfalls sogar mehrmalige mahnung an sein geld zu kommen er wartet also zunächst einmal eine angemessene zeit ab erfolgt dann keine zahlung übergibt er dem kunden die erste mahnung diese erste mahnung ist dann in der regel eine freundlich formulierte zahlungserinnerung ihr habt ja gesehen dass es durchaus nachvollziehbare gründe gibt warum käufer rechnungen nicht fristgerecht zahlen und da wir ja nun zunächst einmal den kunden grundsätzlich nicht verärgern wollen lassen wir ihm also eine freundlich formulierte zahlungserinnerung zukommen in einer solchen mahnung finden wir dann also keine drohung wir setzen keine nachfrist und in der regel verzichten wir in dieser ersten mahnung dann auch auf mahnen kosten dann wartet der geldgläubiger zunächst einmal wieder eine angemessene zeit ab zahlt der kunde dann auch bis zu diesem zeitpunkt nicht erhält er unsere zweite mahnung das ist dann eine ausdrücklich formulierte zahlungserinnerung im gegensatz zur ersten mahnung gehen wir jetzt also etwas strenger mit den kunden um denn schließlich hat er bereits eine erste mahnung von uns erhalten und hatte damit die möglichkeit nun seiner zahlungsverpflichtung nachzukommen in dieser zweiten mahnung können wir jetzt mahnkosten und gegebenenfalls verzugszinsen aufnehmen durch die nicht erfolgte zahlung sind unserem unternehmen ja kosten entstanden diese versuchen wir jetzt durch die mahnkosten und die verzugszinsen abzudecken abhängig davon wie wichtig uns der kunde ist bzw welche erfahrung wir bezüglich seiner zahlungsmoral mit ihm gemacht haben können wir dann in dieser zweiten mahnung auch schon rechtliche folgen an drohen welche das konkret sind das zeige ich euch im vierten videoteil an dieser stelle deutlich deswegen nur mal an wir könnten hier also zum beispiel mit einem gerichtlichen mahnverfahren drohen oder zum beispiel mit der einschaltung eines inkasso unternehmens aber wie gesagt das erkläre ich später noch und dann könnte man in einer solchen zweiten mahnung dann auch eine nachfrist setzen das ist dann eine letzte frist in der wir mit der zahlung des kunden rechnen und wer sich jetzt ein bisschen mit der nicht rechtzeitigen zahlung bzw dem zahlungsverzug auskennt der weiß dass die nachfrist sitzung dann auch noch rechtliche folgen nach sich zieht aber das habe ich euch wie gesagt in speziellen videos erklärt merkt euch also an dieser stelle einfach den begriff nachfrist setzung und wieder wartet unser unternehmen dann eine angemessene zeit ab bzw den ablauf der gesetzten nachfrist hat der kunde dann auch bis zu diesem zeitpunkt nicht bezahlt können wir eine dritte mahnung dem kunden übergeben und das sollte dann in der praxis in der regel die letzte mahnung sein in dieser mahnung kann man dann wieder mahnkosten und natürlich weitere verzugszinsen ansetzen und wenn man es nicht bereits in der zweiten mahnung getan hat kann man jetzt rechtliche folgen androhen und dann wirklich eine nachfrist für eine letzte mögliche zahlung setzen jetzt achtet bitte darauf dass diese drei mahnungen die ich euch hier dargestellt habe in der praxis nur eine mögliche lösung sind natürlich kann man auch noch eine vierte fünfte sechste mahnung den kunden zukommen lassen das muss man dann in der praxis selbst entscheiden ob sich eine solche mühe lohnt denn denkt dran das ganze inkasso verfahren zieht sich in die länge und verursacht bei uns im unternehmen immer mehr kosten gleichzeitig solltet ihr aber auch darauf achten dass in der praxis gar nicht notwendig ist den kunden zu mahnen bis auf die ausnahme die ich euch bereits erklärt habe nämlich dann wenn die mahnung eine juristische folge hat sind mahnung eigentlich kaufmännisch gar nicht notwendig oder anders ausgedrückt man könnte auf das gesamte außergerichtliche mahnverfahren tatsächlich verzichten und direkt ein gerichtliches mahnverfahren anstreben aber wie gesagt in der praxis ist erstmal üblich den kunden freundlich zu mahnen und dann ein solches gestuftes mahnverfahren durchzuführen wichtig ist aber auch dass ihr erkennt dass ein solches mahnverfahren kosten verursacht da sind zum einen die durch die mahnung selber entstehenden kosten also die sogenannten mahnkosten wir müssen mitarbeiter einsetzen unserem unternehmen entstehen personalkosten für das mahn schreiben entstehen materialkosten für die übersendung porto kosten und natürlich energiekosten ihr seht was hier unter mahnkosten zu verstehen ist darüber hinaus verursacht die nicht erfolgte zahlung bei uns im unternehmen dann aber auch noch zinskosten solche zinskosten entstehen zum beispiel deswegen weil wir unser konto selber überziehen mussten weil der kunde eben nicht rechtzeitig gezahlt hat aber so schlimm muss es ja in der praxis gar nicht sein dass wir also unser konto selber überziehen müssen dann fallen für uns aber so genannte opportunitätskosten an das müsst ihr euch in der praxis so vorstellen weil der kunde nicht fristgerecht gezahlt hat entgehen uns zinserträge hätte der kunde nämlich fristgerecht gezahlt hätten wir das geld zinsbringend anlegen können und damit zinserträge erzielen können da es nicht rechtzeitig zahlt entgehen uns diese zinserträge und das sind dann so genannte opportunitätskosten er kennt also die nicht rechtseitige zahlung verursacht bei uns einen schaden und diese können wir im rahmen unserer rechte als schadenersatz vom kunden fordern letztendlich habt ihr jetzt also in diesem video gesehen dass das inkasso also der forderungseinzug für uns zeit und personal intensiv ist es verursacht kosten ist also für uns nicht ganz unproblematisch und im nächsten videoteil schauen wir uns dann mal an was unser unternehmen tun kann damit zahlungsausfälle oder verspätete zahlungen verringert bzw vermieden werden können dann freue ich mich wenn wir uns in diesem video wieder sehen macht's gut bis gleich